Es war das 1111. Spiel in der Vereinsgeschichte von fast Berlin. Im Erika-Hess-Eisstadion trat der aktuelle Tabellenletzte gegen die Icefighters Leipzig an. Zwar konnten die Berliner am letzten Spieltag ihre Niederlagenserie mit einem 5-4-Erfolg in braunen Lage beenden, doch das heutige Spiel war deshalb nicht weniger entscheidend. Sowohl aufgrund der aktuellen Tabellensituation als auch, um ihren neuen Trainer Dac Kaczewicz erfolgreich zu empfangen, wollten die Berliner heute einen Sieg ins Haus fahren. Das Oberligamatch fast Berlin gegen die Icefighters Leipzig wird präsentiert von Transdev, dem führenden Privat-Nahverkehrsanbieter im deutschen Bahn- und Busverkehr. Wir hatten schon die letzten beiden Spiele gute Ansätze. In braunen Lage haben wir gewonnen. Letztes Spiel in Essen war deutlich zu hoch, 9-1, waren wir auch eigentlich nur eine Rumpftruppe. Haben da alles gegeben und wollen heute natürlich hier zu Hause drei Punkte holen gegen Leipzig. Und dass jeder der Berliner Spieler genau dieses Ziel vor Augen hatte, war schon in den ersten Minuten auf dem Eis ersichtlich. Immer wieder spielten sich die Jungs in den roten Trikots höchst torgefährliche Situation heraus. Dann in der achten Spielminute diese Situation hier. Nach einem gehaltenen Schuss vom Leipziger Kapitän Florian Eichelkraut schaltet fast schnell um und Raphael Grünhold versenkt zum erhofften Führungstreffer 1-0. Die sich nun in Rücklage befindenden Icefighters erspielen immer wieder gute Abschlusssituationen, scheitern jedoch vor allem am starken Auftritt von Goalkeeper Ole Swolenski, der den Puck erfolgreich aus seinem Tor hält. In Spielminute 17 kommt es dann zum nächsten Tor der Partie. Patrick Czajka legt den Puck rein, Patrick Fischer blockt ungünstig und Marvin Mietke erzielt das 2-0 aus Sicht der Gastgeber. Mit dieser Führung ging es für die Berliner dann in die Kabine zur Halbzeit, in der heute zum ersten Mal Trainer Dag Kaczewicz auf sie wartete. Die erste Woche mit dem neuen Coach war schon hart, wir sind viel gelaufen, jeder will sich nochmal neu beweisen, gibt es nochmal einen neuen Schub und hoffe, dass er den Impuls bringt. Doch danach sah es zu Beginn des zweiten Drittels weniger aus. Leipzig verteidigte stark und schien aufmerksamer. Nur zwei Minuten nach wieder am 5 bescherte diese starke Einzelleistung von Kevin Beech den Gästen den verdienten Anschlusstreffer. Die Eisfighters erhöhen nun den Druck und nur wenige Minuten später kam es zum Ausgleich. Hannes Albrecht verwandelt nach Hereingabe von Florian Eichelkraut zum 2-2 in der 27. Spielminute. Dies sagte natürlich vor allem den Leipziger Fans zu, die in großer Anzahl gekommen waren, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Erneut waren es Hannes Albrecht und Florian Eichelkraut, diesmal mit getauschten Rollen. Albrecht passt und Eichelkraut verwandelt zur 2-3-Führung für die Gäste. Das Spiel wurde nun zunehmend ruppiger. In der 36. Spielminute dann diese Situation. Edward Gale muss zwei Minuten auf die Bank. Die Berliner nutzen dieses Powerplay direkt aus und ziehen mit einem Fernschuss von der Nummer 13 Dominik Müller mit den Leipzigern gleich auf. Kurz vor Ende des zweiten Drittels kam es dann zu Handgreiflichkeiten zwischen dem bereits aufgefallenen Edward Gale und Joe Tim, was jeweils 16 und 14 Strafminuten für beide bedeutete. 3 zu 3 zum Ende des zweiten Drittels. Zwar behielt fast Berlin einen kühlen Kopf und konnte sich im letzten Drittel zahlreiche Chancen erspielen, doch der Abschluss sollte nicht so ganz gelingen. Den Eisweitern, die nun merkbar schneller spielten, war anzumerken, dass sie sich heute mit einem Unentschieden in Berlin nicht zufrieden geben wollten. Für den erwünschten Sieg sorgten Nikolas Lasorko in der 59. Minute, der die Leipziger mit seinem Treffer zur 3-4-Führung brachte, welche sie bis zum Ende des Matches dann auch nicht mehr abgaben. Ich bin überhaupt nicht glücklich, überhaupt nicht zufrieden. Ich glaube, wir hätten heute sogar eine Niederlage verdient, einfach aufgrund des Auftretens, nicht aufgrund der Spielanteile oder Chancen. Das ist zweitrangig, sondern einfach die Art, wie wir aufgetreten sind. Und von daher gibt es eine Menge Dinge, die wir klären müssen jetzt in der Woche. Der Unterschied heute war, dass die Svens Mannschaft viel aggressiver war. In den Einzelkämpfen, die waren ein bisschen bissiger. Wir mussten nicht arrogant spielen, aber ein bisschen bissiger. Ich dachte, wir haben uns gut verkauft. Natürlich müssen wir auf uns arbeiten, aber ich bin zuversichtlich, wenn wir hart arbeiten, dass wir uns gut verkaufen können. Fast Berlin also mit einer weiteren Niederlage und somit erneut ohne die so dringend benötigten Punkte. Es bleibt zu hoffen, dass sich das am 15. Januar ändert. Und dann geht es gegen den Tabellenvorletzten, die Hannover Skorpions. Das Oberligamatch Fast Berlin gegen die Ice Fighters Leipzig wurde präsentiert von Transdev, dem führenden Privat-Nahverkehrseinbieter im deutschen Bahn- und Busverkehr.